Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Bosch MMBH6P6BDE VitaBoost Standmixer. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Hochleistungsmixer für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Mixer unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Hochleistungsmixer sind vor allem unter Sportlern extrem beliebt. Das liegt daran, dass der gesunde Smoothie, der auch tatsächlich nahezu ideal für deine Vitalität ist, diesen herzustellen ist gar nicht so einfach, wie man zunächst denkt. Klar, die hochwertigen und am besten noch regionalen Zutaten zu kaufen ist teuer, aber das ist nicht das einzige Problem an der Geschichte, denn je nachdem, was für Gemüse und Obstsorten du da reinschnippeln möchtest, brauchst du eben einen durchaus sehr starken Mixer und hier ist das regionelle Modell, was du für ein paar wenige Euro im Discounter erwerben kannst, meistens nicht stark genug. Deswegen fühlen sich vor allem die Leute, die dem neuen Fitnesstrend folgen, sehr hingezogen zu den Hochleistungsmixern und genau für diese potenzielle Kundengruppe halte ich die Anschaffung für ideal. Denn hier ist es wirklich sehr wichtig, dass du dir regelmäßig Top Smoothies zubereitest und genau dafür ist ein hochwertiger Hochleistungsmixer wie dieses Exemplar hier in der Tat eine gute Wahl. Denn bei diesem Mixerangebot gefällt mir das Preis-Leistungsverhältnis wirklich sehr gut. Wie bereits gesagt, du musst hier auf jeden Fall mehr Euros auf den Tisch legen, als wenn du jetzt den Superstandard-Mixer kaufen würdest, aber du hast eben auch höhere Ansprüche, denn als Sportler brauchst du wirklich die Smoothies, die sind sozusagen wie wenn für ein Auto das Motoröl, ja, da sind für den Fitnessfreund die gesunden Smoothies das Öl sozusagen. Das brauchst du einfach, um dein Workout mit der richtigen Ernährung zu unterstreichen und deswegen würde ich an deiner Stelle hier nicht am falschen Ende sparen, sondern dir eben die richtige Ausrüstung kaufen, so ein Hochleistungsmixer hier ist ideal dafür, um auch Obst- und Gemüsesorten schön zu zerkleinern, die normalerweise ein bisschen schwieriger sind und deswegen kann ich die Anschaffung von diesem Gerät auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Amazon-Angebot zum Hochleistungsmixer werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Halt dein Training durch. Alles Gute. Ciao.